Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute steht die Lisa neben uns. Und ja, sie hat auf ihrem Tablet mir Thunderdream auf der Fohlen App großgezogen. Und ja, ich wollte ihn jetzt einfach unbedingt kaufen, weil er ist... Als ich angefangen Star Stable zu spielen habe, habe ich die Fohlen App gehabt und da habe ich ihn auch gehabt. Ich weiß gar nicht, wie habe ich ihn damals genannt. Night Dream oder so. Und ich wollte ihn immer haben, doch irgendwie hatte ich keine Star Coins und konnte ihn mir deshalb nicht leisten. Und deshalb, ja, auf jeden Fall bin ich jetzt mega happy, dass ich ihn jetzt habe. Vielen Dank, liebe Lisa, dass du ihn ja geladen hast. Und ja, ich werde ihn jetzt einfach noch ein bisschen leveln. Wie gesagt, gegen Nachmittag kommt er noch vielleicht... Also er kommt ganz sicher, ich weiß noch nicht, ob er heute runtergeladen wird. Weil vielleicht hat es auch schlechte Verbindungen. Also heute gehe ich mir auf jeden Fall noch das Pjordi kaufen. Und wir machen noch ein Special-Video. Also halt einfach ein Video, das ihr noch nicht hervorgesehen habt. Ja, das war es auch schon mit einem kleinen Video. Wie gesagt, ich wollte ihn früher immer haben und ich bin jetzt ziemlich froh, dass ich ihn habe. Und ja, tschüss. Ich habe den Knopf nicht gefunden. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.